Ja, hallo meine Weihnachtshäschen und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Heute mal mit einem neuen Kinderprodukt. Und zwar gibt es dieses Jahr zu Weihnachten die Kinder Mini Eggs in der Sorte Kakao. Ja, ihr kennt ja alle die normalen Kinder Schokoladen Eggs, die es jedes Jahr zu Ostern gibt und zu Weihnachten. Hier haben wir jetzt einmal die Sorte Kakao. Also eine, ja, Vollmilchschokolade hier steht drauf mit einer Kakao-Haselnuss-Füllung. Also nichts mit Milchcreme. Nochmal Doppelt Schoko. Ich bin ja nicht so der Freund von Schokolade auf Schoko mit Doppelt Schoko. Aber Kinderschokolade geht doch eigentlich immer. Und wir wollen jetzt auch mal so ein kleines Schokoei hier probieren. Ja. So diese kleinen Schokoeier hier. Und ich beiße jetzt hier mal rein, um euch auch die Füllung zu zeigen. Beziehungsweise ich habe es perfekt aufgeknackt gekriegt. Ihr seht das hier. Eine richtige dunkle Füllung. Und das ist schade, dass es immer noch eine Kakao-Haselnuss-Creme ist. Ja, hier steht drauf, Kinder Mini Eggs Kakao. Hätte ich jetzt auch damit gerechnet, dass es nur eine Kakao-Creme-Füllung ist. Weil man schmeckt schon diesen leichten Haselnuss-Geschmack. Und ich kann auch schon gleich sagen, es ist nicht die beste Sorte. Es ist wirklich sehr herb von Geschmack. Also es geht echt in die Richtung Zartbitterschokolade. Und ich finde, das passt gar nicht so zu Kinderschokolade. Mit Kinderschokolade verbinde ich die Kombination von dieser Vollmilch- und Weißenschokolade. Sodass man halt diese richtige... Oder diese Milchcreme. Dass man diesen richtig schönen milchigen Geschmack hat. Aber der ist hier nicht gegeben. Es sind echt kleine, herbe, Zartbitterschokoeier. Die nicht wirklich an den Kinderschokoladengeschmack erinnern. Und deswegen würde ich sie auch nicht unbedingt nochmal kaufen. Sie sind schokoladig. Klar, es ist jetzt nicht das allerbitterste, was ich an Schokolade jemals gegessen habe. Aber nochmal kaufen würde ich sie mir nicht. Ich würde ihnen vier Punkte geben auf einer Skala von 1 bis 10. Schaut, ob ihr sie auch bekommt. Und welche Sorten ihr davon am liebsten mögt. Und wir sehen uns, Leute. Tschüss!